Hier aus dem Homeoffice und in den virtuellen Räumen zusammen mit meinem tollen Team organisieren und verantworten wir die Digitalisierung und die Zukunftskonzepte der Materiallogistik für den Volkswagen-Konzern. Und zusätzlich haben wir auch die ein oder anderen Sonderprojekte, so zum Beispiel den Aufbau von einer Lieferkette für die Versorgung von medizinischen Hilfsgütern von China bis nach Europa. Aufbau von China bis nach Europa.